Sie sind zurück, wer nichts weiß, muss alles glauben, mit vollem Körpereinsatz, wie soll man sich das vorstellen, schauen Sie da, es geht um Wissenschaft, es ist eigentlich noch viel, viel besser, Blutspucken, Satans Verehrung, Herr Bottiger, ja eh cool eigentlich, die neuen Folgen, wir freuen uns schon wieder auf Sie, Science Pastors, ab Mittwoch, 17. März, ORF1.